Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herzens bin ich, Herr Malzahn. Special-Effekte bei mir, Herr Malzahn. Ja, hab ich lange für gearbeitet. Im Babylon-Studios hab ich damals die ersten Science-Fiction-Videos mit synchronisiert. Leute, willkommen bei Drachy, 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 ein Herz für Drachy. Aber, äh, also für mich. Bitte, bitte nicht für Reini. Ach, teilt das auf. Macht ihr, wie ihr das wollt. 50-50 oder so. Könnt ihr auch variabel gestalten. Leute, willkommen im Format. Da war doch noch ein zweiter Teil. Warum kommt denn der nicht? Ach, jetzt ist er da. Eher ein bisschen spät, weil Reini ja heute schon am Tage wieder was Neues hochgeladen hat. Malzahn, kommst du überhaupt nicht mehr mit? Was ist eigentlich mit los mit dir? Du bist der allerlangsamste, langsamste Malzahn-Hinkebein. Äh, ja. Dankeschön. Äh, ja. Also, für alle anderen, außer die jetzt gesagt haben, Malzahn-Hinkebein. Für alle anderen erstmal eine Flausch-Malzahn-Umarmung. Yay! Ich streck wirklich immer meine Arme aus. Virtuell, alle einmal geflauscht. Wow. So, geschaut wird weiterhin bei der Eule. Wir haben da angefangen. Da wird nicht gewechselt. Das Pferd wird auch nicht, äh, ich meine, die Eule wird auch nicht mitten im Rennen gewechselt. Wie man so sagt. Uh. Ungefähr so. Ja, und wir gehen gleich rein ins Stream. Dann verkürzen wir hier die Anmoderation. Und hinten raus haben wir noch Zeit für ein Lied, oder? Also, einfach so ins kalte Wasser. Äh, was ist her passiert? Kann man ganz kurz zusammenfassen. Äh, bla, 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 bla. Battlelord. Wörterlord. Lügenlord. Streaminglord. Battlelord. Oh ja. Das war eigentlich im Grunde was das. Mit einer Portion Lü-Lü-Lü obendrauf. Und die Kirsche auf dem Battlelord-Eiscreme-Becher ist dann das. Äh, Fiep, 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 Fiep. Ja. Äh, wobei, äh, Fiep mache ich sonst. Äh, ja. Egal. So, Reini, los geht's. Dann denke ich, äh, was macht denn der, Alter? Schacht ich so arbeiten gehen und schreibt mir nachts um drei, hat nichts Besseres zu tun. Was zur Hölle ist das bitte? Wie ich schon sagte, der hat Langeweile nachts um drei. Auf seiner Arbeit. Ja. Also, was genau ist das bitte für ein Verhalten? Mir wird angesagt, dass ich, äh, mir wird angesagt, dass ich ein, einer, einer, eine, jetzt hab ich den Namen vergessen. Ja, komm, äh, Dings, äh, komm, wie heißt das denn jetzt, dieses, ähm, arbeitslos, aber anders. Mir wird angesagt, dass ich dies und das bin und überhaupt und sowieso und keine Ahnung. Oh, da hat er den Songtitel von meinem letzten Lied aber sehr schön wiedergegeben. So und so und so und so und dies und das und das und das und so und so und überhaupt und gar keine Ahnung. Jawohl, sehr schön. Und am Ende ist es aber jedes Mal das Gleiche, ne? Es ist jedes Mal so, dass die Leute, äh, mir irgendwas erzählen, was ich alles angeblich bin und alles angeblich soll und alles angeblich mache. Gleichzeitig ist es aber jedes Mal, ich versteh's net, also, ne? Ja, wenn ich jemandem irgendwas vorwerfe, dann muss ich auch irgendwelche Fakten dazu haben. Sagt er. Okay, jetzt bin ich wieder irritiert. Ähm, ja. Oh, ich wünschte, es gäbe bei ihm so ne Flunker-Polizei. Die würde jetzt die Sirene aber auf Anschlag stellen und mit dem Martinshorn direkt in seine Ohren reinpusten. Und, äh, die Fakten, die ich habe in Bezug auf Hater und Kritiker und Dings und überhaupt und sowieso und keine Ahnung. Und gar keine Ahnung. So und so und so und so und so und das und das und das und das und so und so und überhaupt und gar keine Ahnung. Ist, dass diese Herrschaften mich immer dann attackieren, wenn sie, äh, mitten in der Nacht, so, egal ob ich jetzt, es ist auch das Geilste, ähm. Er ist überhaupt nicht beim Thema, ne? Ist es jetzt wieder nachts irgendwas schreiben oder attackieren im Sinne von Bahnhofsgeschichte? Was ist da los? Dass die immer die gleichen, auch auf Telegram sind, auch in den Discords sind, früher in meinem Discord, es waren immer die gleichen Leute an, egal um welche Uhrzeit man reingegangen ist, es waren immer dieselben online. Und das gilt auch für Telegram, das gilt für Instagram, das gilt für TikTok, das gilt für WhatsApp, das gilt für alles, auch für Snapchat und was weiß ich, wo sie überall rumeiern. Es sind halt immer die gleichen. Auf der anderen Seite, wenn ich sowieso den ganzen Tag online bin, dann kann ich auch bei all diesen Plattformen sein, oder? Sorry, aber in meinen Augen ist das keine, in meinen Augen ist das schlicht und ergreifend nicht dieses, ja, ich bin, ich bin dir überlegen oder so. Ne, in meinen Augen ist das ein, äh, ich bin jemand, der sich als besser ausgibt, als er eigentlich ist und gleichzeitig ist er das aber nicht. Redet er jetzt gerade von, von sich oder? Ah, ne, von anderen, okay, gut, naja, ich dachte, ich frag nach. So. So. Am Ende ist es immer das Gleiche. Am Ende ist es immer das, ich schreibe das auf, vielleicht könnte das ein Lied werden. Am Ende ist es immer das Gleiche. Man kann nicht jemanden als etwas hinstellen, was er nicht ist. Vor allem nicht dann, wenn, äh, äh, wenn man selber sich keinen Deut besser verhält. Ähm, sind dann jetzt diese sechs Jahre Kampfsport, ähm, also, oder, äh, egal. Egal. Mann. Das wird mir auch nie in den Kopf gehen, wenn ich ehrlich bin. Was jetzt? Und das ist auch das, was ich ja schon gesagt habe, ne, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Oh, ja, die Platte höre ich aber sehr gerne. Ich habe das heute schon angesprochen. Die, äh, Die, ähm, wer jetzt? Sachen an diesem Bahnhof gestern, ja. Wenn zu mir jemand sagt, dass ich, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. So und so und so und so und so und dies und das und jenes und überhaupt und gar keine Ahnung. Ungefähr so? Wenn zu mir jemand sagt, dass ich ein, ähm, dass ich jemanden geschlagen habe, so, dann würde ich erstmal darüber nachdenken, wieso hat die Person jemanden, also, warum habe ich jemanden geschlagen, ne? Ähm, es ist doch offensichtlich immer wieder der Fall, dass Leute mich attackieren. Leute, es sind sogar, Leute, es sind Leute aus den USA, aus Russland, aus Japan, aus, aus, ich weiß nicht, Italien und Spanien, hm, Leute. Ich weiß gar nicht, wo überall, aus Italien, aus Österreich, oben aus, aus Hamburg, aus Sylt, die sind überall, aus der ganzen Welt, aus ganz Deutschland, sind die zu mir gekommen, nach Franken, zu mir nach unten. Zu mir nach unten. Erdkundeunterricht, ach, ne, klasse. Wo liegt denn jetzt Emskirchen? Malzahn, du? Äh, von Hamburg aus gesehen unten. Das heißt südlich. Und haben mich attackiert. Anders gefragt, ist der Österreicher auch noch unten gefahren? Hätte aber ein Rimi nicht schnell wieder kehrt gemacht bei Nacht. Egal. Ja. Ja. Die haben mich attackiert und haben mich angegriffen und ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man das immer außen vor lassen kann, ja? Gute Frage. Wie kann man das eigentlich außen vor lassen? Wenn man schon, wenn man mir schon vorwirft, dass ich immer der Aggressor bin, wenn man mir immer vorwirft, dass ich immer der bin, der die Scheiße baut. Dabei ist er gar nicht derjenige, der... Sorry, aber das sehe ich irgendwie nicht. Kannst du es denn fühlen? Wenn die Leute dann aus ganz Deutschland zu mir kommen, zu mir nach Hause und... Aus Japan, aus Russland, also aus ganz Deutschland. Mhm. Okay. Jetzt mich schon am Bahnhof abfangen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Beim letzten Mal war es ja genauso, ja? Da war die Person auch, ähm, so, dass sie auf mich losgegangen ist. Ich bin weggegangen. Und... Das war der Person völlig scheißegal. Ja? Das war bei der Person scheißegal. Die ist trotzdem weiter auf mich losgegangen, weiter auf mich zugange. Hat mich weitergefilmt, obwohl ich sie gebeten habe. Ich habe sogar bitte gesagt. Ich habe sogar bitte gesagt. Die ist nicht weggegangen, die Person. Äh, Drachir, bist du sicher, dass du immer derjenige bist, der bitte sagt und die Leute aber da nicht zurückgehen? Und du immer weggehst? Also wenn ich da an einige Schanzen-Videos denke, dann warst du derjenige, der immer hier hingegangen ist. Äh, ich glaube, wenn du immer weg gewesen wärst, wär's ja auch nicht eskaliert. Aber durch dein, ich geh jetzt da raus und klär das wie ein Mann, ähm, das war halt nicht die beste Strategie. Zu dem Zeitpunkt war der Person scheißegal, ne? Und das ist halt immer so. Beim letzten Mal und davor und danach. Danach war es ja so, dass mich in einem Zug nochmal eine Person genervt hat. Und mir seine Kamera total in die Fresse gehalten hat. Und ich habe dann bitte gesagt. Und der hat nicht aufgehört. Mhm. Und ich habe gesagt, er soll das lassen. Bitte. Ja, und er hält mir die Kamera trotzdem in die Fresse. Ich habe versucht, ihn wegzunehmen oder wegzuschlagen, besser gesagt. Ähm, hat ihn nicht interessiert. Er hat die Kamera kurz weggenommen und wieder hin und drauf gehalten. Und dann bist du weggegangen, ne? Äh, Pazifismus-Lord. Ja. Und das ist in meinen Augen... Sorry, aber das ist in meinen Augen... Sag jetzt nicht Kindergarten, bitte nicht... Vieles. Aber das ist nicht deeskalierend. Und das ist vor allem auch aggressiv provokant. Man kann niemandem sagen, hm, du bist provokant. Und gleichzeitig dann sich so provozierend verhalten. Provoganda. Absolut Provoganda, wenn du mich fragst. Ach, Leute. Mir wird das nie in den Kopf gehen. Hm, Leute, schreibt mal mit Eu. Eu. Ehrlich nicht. Auf jeden Fall, die Sache an diesem Bahnhof, die wird definitiv... ...ein Nachspiel haben. Würzburg, pass auf. Du bist ab jetzt im Visier. Noch schlecht enden für die Herrschaften. Ach so, gut. Äh, das meinte ich. Das... Passt auf. Ja, und hör zu. Passt auf und hör zu. Passt auf ist auch ein guter Titel. Ich schreib mal drüber. Passt auf. Passt auf. Man weiß ja nicht, was mich dann am Ende mehr inspiriert. Die Sanktion an diesem Bahnhof, ja, die wird nicht nur deswegen schlecht enden, weil die Personen sich damit komplett lächerlich, oder die Personen sich damit komplett lächerlich gemacht haben, sondern es wird auch deswegen schlecht ausgehen für die Personen, weil sie zum einen auf mich losgegangen sind und mich attackiert haben, mich offensichtlich erwartet haben und offensichtlich auch noch provozierend, äh, Quatsch, nicht provozierend, äh, und außerdem äh, das Ganze dann auch noch veröffentlicht haben, ja, die haben mich gefilmt, gegen meinen Willen, wiederholt erwähnt, dass ich das nicht möchte, wurde ignoriert und trotzdem wurde es dann sogar noch veröffentlicht. Er ist nicht mehr so richtig im Flow, ne, bei seiner Geschichte gerade. Gegen meinen Willen. Tja, das sind, ich weiß nicht, drei oder vier Straftaten, da... Ja, eigentlich zehn Jahre Zuchthaus, wenn du mich fragst. so, dass ich versucht habe, zu deeskalieren, dass ich, äh, nichts getan habe, nichts veröffentlicht habe, ich habe es nicht mal erwähnt, bis jetzt natürlich, nachdem es dann wieder mal im Internet veröffentlicht wurde. Eine Sache sollten sich übrigens die Kritiker mal ganz deutlich überlegen. Ah, jetzt, ich dachte die ganze Zeit, warum erzählt er denn so langsam? Und jetzt gucke ich hier auf Monitor. Er macht die ganze Zeit wieder mit TikTok irgendwelche Fotos und Hintergründe. Äh, ich, äh, ja, ah, ja, man merkt es gleich. 20% des Gehirns ist nur noch da, die 80% suchen tolle TikTok-Hinterbilder, Hintergrundbilder. Na gut. Für den Moment, ja. Und jetzt hört mir bitte zu, liebe Hater und Kritiker. Passt auf, wollte ich so sagen, passt auf. Ja, man könnte so, passt auf, Am Ende ist es immer das Gleiche. Am Ende ist es immer der Hütte. Hört zu. Am Ende ist es immer das Gleiche. Ungefähr so. Dann hätten wir es kombiniert. Ihr steht unter Beobachtung. Unter Bewehrung. Beobachtung. Ich stehe unter Bewehrung, ihr unter Beobachtung. Wer beobachtet uns denn? Auch Vater Staat oder wer? The world watching you. The world watching you. Leute, the world watching you. The watching you. Okay. Achso. Jetzt auch gerade oder? The world. Okay. Was sie immer alle gucken. Guck weg. Ich muss auf die Toilette. Ich kann nicht, wenn jemand guckt. Ja. The world. Nicht the. Nicht der world. Doch, doch. The world watching you ist genau richtig. The world watching you. Die Welt beobachtet euch. Da fehlt noch was. Da fehlt ein Is. Ach komm. Ach komm. Keine Verben hier reinbasteln. Die Welt hat euch im Blick. Oder zumindest Germany. Ja. Deutschland schaut euch zu. Die schauen euch im Moment auf die Finger. Oder wie glaubt ihr, dass es wieder mal dazu gekommen ist, dass es bereits, ja. In den Schatten von Sportkasten haben sie sich gewundert. Es ist ja sogar schon in den Medien. Es war heute in der Fränkischen Landeszeitung und es war schon in den anderen Dingern. Im Münchner Kurier, im Emskirchener Tageblatt. Ja, ja. Da haben wir es alle gelesen. Und dann frage ich mich doch ganz ehrlich, ich habe nichts veröffentlicht. Gut, die Polizei in Berlin, in Würzburg könnte was gesagt haben, aber es wurde ja letzten Endes keine Anzeige aufgenommen, also eher unwahrscheinlich, dass was veröffentlicht wurde. Wie kam also die Presse auf die Idee, darüber zu berichten? Ist ganz einfach. Eure Schanzen Watch ist unter Watching. Fremdsprachenlord. 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 Okay. Okay. Watching Broadcast ist am Watchen. Wurde ausgewatscht. Es hat sich ausgewatscht, hat sich das. Okay. Entschuldigung. Unter Watching. Ihr werdet beobachtet. Ja. Drachen Lord, oder Drachen Schanzen, Schanzenwatch Broadcast. Passt schon perfekt. Schanzenwatch war früher wir beobachten. Und jetzt ist es nicht mehr wir beobachten, sondern wir werden beobachtet. Oh, oh. Aber das Englische bleibt, äh, das bleibt gleich. Das ist kein Problem. Denn jetzt verfolgen euch nämlich andere und beobachten andere. Zack, zack. Der Jäger wird zum Gejagten. Nehmt das Schanzenwatch Broadcast. Ja. Und das wird wahrscheinlich für euch der Anfang vom Ende sein. Das Aus sein. Das Aus. Ihr Kanal ist morgen weg. So sieht es aus. Der ist übermorgen offline. Morgen weg, übermorgen offline. Nein. Weil noch ehe der Hahn dreimal kräht, ist der weg. Wenn man sich diesen, ich hab's ja schon mal gesagt, wenn man sich diese Telegram-Gruppen mal eine Weile anschaut, und da braucht man gar nicht lange zu schauen, da reicht, wenn man mal wirklich ein, zwei Tage die verfolgt, und da reichen wirklich sechs bis fünf, fünf bis sechs Stunden. Du hängst immer auf diesen Gruppen ab. Du, jetzt wissen wir's. Wer ist denn das, der immer stundenlang bei diesen Gruppen? Du bist es. Du, du, du. Rätsel gelöst. Schlimm genug. Äh, Gesamtzeit, ne? Wir hatten da mal Zeit, 24-7 an diesen Gruppen rumzueiern. Du hast Zeit. Du. Weil du eben nicht arbeiten gehst. Mann, jetzt ist es aber auch mal raus. Das reicht, das reicht, Dicke, um zu sehen, was für kranke Personen und was für kranke Vorstellungen da im Internet kursieren. Also, wenn ich mir vorstelle, dass jemand sechs Stunden lang im anderen Stream rumgeistert und da die Sachen einfach liest, finde ich jetzt auch jetzt wenig gesund, muss ich sagen, an der Stelle. Am Anfang hast du doch noch den Frühling so gelobt. Was ist denn damit jetzt? Naja, manchmal sind ja auch sechs Stunden verbissen im Hotelzimmer. Aber der Frühling, der zieht an dir vorbei, Drachi. In, in zehn Jahren wirst du dich noch ärgern, dass du den Frühling nicht mitgenommen hast. Das ist vollkommen einfach nachzuvollziehen. Und Banane. So, und jetzt ist der kleine, aber feine Clou an der Sache, dass es trotzdem absolut uninteressant ist, was ich sage. Das ist erst mal richtig. Erst mal. Egal wie oft ich Personen darauf aufmerksam mache, dass sie sich falsch verhalten oder dumm verhalten oder scheiße machen und erzählen, es spielt keine Rolle. Aha. Okay, dann glauben wir das. Die werden es trotzdem tun. Also wolltest du damit sagen, die hören nicht auf dich? Schweinerei eigentlich. Drachi, warum nicht? Warum nicht? Warum hören die nicht auf dich? Warum? Du brauchst etwas mehr Autorität. Äh, Dings. Nicht Auto, Führerschein. Autorität. So. So, das war das. So, zum wieder reinkommen. Äh, jetzt geht's los, Leute. Attacke! Ja, ähm, fängt jetzt nicht so mit den besten Informationen und Sprüchen von Reini an, aber wir steigern uns ja noch, ne? Erstmal hören wir ihn Atmen, auch um bei uns so ein bisschen das innere Qi zu sammeln. Einatmen und das ganze negative ausatmen. Energie sammeln und raus mit der negativen Energie. Gut. Füllt euren Körper mit. Okay, es geht weiter. Kann ich auch zweimal einatmen und nur einmal ausatmen? Fresse. Okay. Wenn ich jetzt dreimal ausatme. Sicher, sage ich keinen Schocker. Okay, jetzt sage ich dir nochmal was, ja? Ich spüre nochmal zurück. Ich wollte das lesen. Äh, die Medien sind auf deiner Seite. Hast im Grunde einen Joker, um die Hater straflos umzuboxen? Also erstens, mein Freund, es heißt Kritiker, wie oft denn noch? Und, äh, Joker, Drachi, Drachi ist ja The Joker 1510. Also im Grunde hat er einen Joker und ist, also verrückt. Schocker. Okay, jetzt sage ich dir nochmal was, ja? Pass auf. Ich brauche keinen Joker. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Am Ende ist es immer das Gleiche. Vielleicht so. Ich brauche keinen Joker, um die Hater umzuboxen, denn ich habe niemanden umgeboxt. Ich habe die Hater weder geschlagen, noch habe ich sie verletzt. Warum? Also warum hast du, warst du zu langsam in der, in der Ausübung deiner Schläge oder, oder hast du aufgrund deines jahrelangen Kampfkunsttrainings extra die defensive Hallraller eingenommen? Das würde ich verstehen. Habe ich nicht getan. Leute, überlegt doch mal. Ähm, okay. Ja, ich habe euch im Laufe der Jahre wiederholt verschiedene Aktionen verschiedene Geschichten erzählt, die alle nicht gestimmt haben. Zeigt, wo ich verletzt war oder verletzt wurde. Ich hatte eine Das ist ein Unterschied. Hier bin ich verletzt, hier wurde ich verletzt. Also ich habe Bilder von dir gesehen, da hast du vor Wut gegen Spiegel geklöppelt in deiner Wohnung und dann ist so die eine oder andere Scherbe in deine Hand gegangen. Wer ist jetzt schuld? Ähm, äh, fragen wir den Jura-Verständigen, Ehrenhelder Christian so, ah, der macht gerade Mittagspause. Ich habe, ich habe nach wie vor einen ausgeschlagenen Zahn. Das ist mir auch schon aufgefallen. Äh, jo, allerdings kannst du da ja, wenn du jetzt zum Beispiel wie Lucky Luke so einen Grashalmer im Mund nimmst, hatte der Plädetär einen Platz. Ich hatte, beziehungsweise habe, nach wie vor die Situation, dass ich eine Narbe an der Lippe habe von diesem ausgeschlagenen Zahn. Grüße gehen raus an Torfrock. Hau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe. ein Klassiker. Ich bin, beziehungsweise ich habe nach wie vor die Situation, ja, eine Sekunde, kein Problem, aber merke dir den Satzanfang. Oh, ich kann keine Taschenlampe anmachen gerade. Macht nix. Auch geil. Also, du bist in der Situation, du hast... Ich bin, beziehungsweise ich habe nach wie vor die Situation... Merken, nicht nur wiederholen. Dass ich von... von... ne? Besagten Hatern und Kritikern. Kritiker bin ich. Äh... Mehrere Narben am ganzen Körper habe. Okay, ich bin doch kein Kritiker. Wieso? Wieso haben denn Kritiker... Wollten die ihre Literaturkritik zu deinem Machtwert die Antwort der Träume mit einem Schwert in deiner Haut ritzen oder wie? Aha. Marcel Reich-Ranitzki hatte immer ein scharfes Buttermesser in der Tasche. Ja. Mein linker Arm, meine rechte Hand, meine... meine Lippe auf der linken Seite, mein Zahn, der ausgeschlagen wurde, vor kurzem noch mein, äh... abgebrochener Fingernagel. Schon wieder ein Liedcharakter, oder? Mir tut alles weh, mein linker Arm, mein rechtes Bein, meine Lippe auf der linken Seite. Ganz wichtig. Oder eingerissene Finger... Seite mit AI, wie, äh, hier, ne? Seite. ...eine Nagel aufgrund der Aktion beim letzten Bahnhof, also vor dieser Aktion, und, und, und. Was dir alles am Bahnhof passiert, mein Tipp, im Zug sitzen bleiben. So, und was haben wir bei den Hatern, auf der Seite der Hater? Wir haben einen Typen, der sturzbesoffen in die Verhandlung kommt und behauptet, dass er eine Narbe, eine sichtbare Narbe am Kopf habe. Und diese sichtbare Narbe am Kopf war so sichtbar, dass sowohl der Richter wie die Staatsanwaltschaft und auch mein Anwalt vor Gericht aufstehen mussten, um sich die Sache überhaupt zu besehen. Ach, die konnten das nicht im Sitzen angucken? Mann, überhaupt keine Serviceleistung von dem Herrn Angeklagten da, der übrigens ein ziemlicher Trottel war, muss man mal sagen. Also, zumindest an dem Tag sich wie ein Volltrottel aufgeführt hat. Ja, ähm, hätte auch wenigstens mal aufstehen können. Können Sie bitte mal rüber torkeln? Wir wollen Ihren Kopf untersuchen. So, zu welchem Verteidigertisch soll ich rüber torkeln? Ich sehe zwei. Reinies Zwillingsbruder ist auch so. Grüße geht raus. Ähm, ähm, können wir dem Zeugen wegen Befangenheit irgendwie? Nein. Okay. Und dann haben sie nicht einmal wirklich viel gesehen. Ich finde es so schön, wie er sich selber mit einem Random-Hater-Kritiker vergleicht. Ich habe so viele Narben und jetzt nehme ich mal einen aus der Masse raus. Äh, den. Ich habe auch einen Narben, Drache. Äh, ja. Das warst du im Grunde genommen. Im Grunde warst du das. So. Okay. Mein linker Arm ist... Mein rechter, rechter Platz ist... äh, mein linker, linker Arm ist... Was? Mittlerweile auch nicht mehr ganz so sichtbar die Narben, aber die Narben an meiner rechten Hand, die werden wohl immer sichtbar bleiben. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Du sollst nicht alle Lieder wörtlich nehmen. Und wenn, dann wenigstens nicht die von Digimon und von Pokémon. Wenigstens dann, ja, ist egal. Äh, Alligatora! Die werden nicht mehr weggehen. Ja, Narben, ne? Gehen ganz schwer weg. Das habe ich auch schon mal gemerkt. Okay, soviel dazu. Dann kommt es dazu, dass... Ja? Drachy! Wo ist er? Ah. So, ich glaube, jetzt hört man mich bitte. Ja, was war denn? Ähm. Tomaten Ketchup hat soeben den Host abonniert. So, das reicht jetzt. Heute Mittag gibt es die Pommes ohne Ketchup. Ab jetzt nur noch Mayonnaise. So, hast du jetzt davon. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Hauptsache, du bist stehen geblieben. Setz dich erstmal, mein Freund. Achso. Äh, dann geht es damit weiter, dass über mich immer behauptet wird, dass ich so viele Hater so brutal behandelt habe. Mh, du hast einige Hater über das Maß hinaus negativ behandelt. Ja. Da, wo man dann nicht von Selbstverteidigung sprechen konnte. Wo es dann einfach zu viel war. Wo das Gericht gesagt hat, nö, das ist keine Selbstverteidigung. Wo du die Axt noch hinterhergeworfen hast und den Becher. Äh, Selbstverteidigung, Selbstverteidigung, gilt hier noch. Schanzenrecht, Schanzenrecht. Äh, die, ähm, die hatte ich doch vorhin, ähm, ja, Mail kommt später. Kann ich die nachreichen? Meine Beweise, mein linker Arm, meine rechte Hand, äh, Narben an Körperstellen, die ich nicht unbedingt rumzeugen möchte. Ha, 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 aber wir sehen deinen Kopf doch. Naja, keine Ahnung, was er wieder meint. Wie können Sie das denn beweisen, der Angeklagter? Äh, ja, hier mit der Narbe auf der Hand. Und damit können Sie beweisen, dass der, äh, äh, der andere sie die Treppe runtergeworfen hat? Ja, weil ich jedoch eine Narbe auf der Hand habe. Okay. Äh, Videoaufnahme wäre besser gewesen, aber jaja, Narbe auf der Hand, nehmen wir auch. Nehmen wir heute, nehmen wir alles. Und, oder was heißt, warum ich sage, ich habe damit kein Problem, aber da kriege ich wieder Ärger mit YouTube oder TikTok oder sonst was? Mit YouTube kriegst du keinen Ärger mehr. Das Schöne ist, YouTube ist, damit kriegst du keinen. Es ist wie eine Ex-Freundin, wenn du in 10 Jahren keinen Kontakt mehr hast. Mit der hast du keinen Ärger mehr. Ja? Die ist weg, die spielt keine Rolle mehr. So, wie Lehrer, die du früher nicht mochtest, die sind weg. Dein YouTube-Kanal, der ist weg. Der, äh, das ist egal. Ähm, ja, diese ganzen Narben, diese ganzen Sachen, diese ganzen Probleme, diese Sachen, die ich auf lange Sicht und auf Dauer haben werde, die ich nicht mehr los werde, gehören zum Drachenlord. Äh, dazu, die kriegst du auch wirklich nicht mehr los. Die kannst du nicht mal abflexen. Nicht mal 1000 Watt können die rausschneiden. All diese Dinge werden schlussendlich dafür sorgen, dass man auch leicht nachweisen kann, was die Leute mir angetan haben. Ach so, deswegen hat er sie. Schlussendlich. Schade, dass er es nicht letztendlich gesagt hat. So, aber wie viele Hater gibt es, die dauerhafte Schäden davongetragen haben? Narben, die sie bis heute zeichnen. Der eine Besowski von der Verhandlung versteht mich nicht falsch. Ach, machen wir nicht. Dass ich den geschlagen habe, tut mir leid. Aber? Nicht zuletzt, dass es überhaupt zu einer Verhandlung gekommen ist auch. Aber. Es ist so schön. Es ist so schön, Reini. Deine Entschuldigungen haben immer was von so einer Leichtigkeit einfach. Ach ja, einmal Reini sein, dann ist die Entschuldigung ganz klein. Von. Möchtest du wie Reini sein, mach Entschuldigungen klein. So ist der Merkspruch. Grob geschätzt. Das habe ich schon ein paar Mal, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon erwähnt habe. Von grob geschätzt 10.000 Hatern? Oh nein, jetzt kommen wir wieder in so Prozentrechnungen. Ja, von grob geschätzt 10.000 Hatern. Wie viele Kritiker sind da drunter? Zwei Drittel? Das ist nur eine grobe Schätzung. Ach so. Von grob 10.000 Hatern über 10 Jahre verteilt. Äh, das macht dann, ähm, macht dann pro Jahr dann, ähm, 1.000 Hatern, oder? 10.000? Ja. Okay. Das ist sogar eine relativ gute Schätzung, weil 1.000 Hatern pro Jahr kommt ungefähr hin. Ah, Mathe-Lord, 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 Prozentrechnungs-Lord, Stochastik-Lord, das ist sogar weniger. So. Also, ja, ja, klar. Bleib erstmal konservativ mit deinen Schätzungen. Das ist besser, genau, ja. Also, grob 10.000 Hater auf 10 Jahre verteilt. Wie, diese Rechnung schon jetzt keinen Sinn mehr hat, ne? Aber wir lassen ihn. Es gab wie viele, Anzeigen gegen mich. 10? 20? Es waren keine 30. 10? 20? Es waren keine 30. Also, drei pro Jahr maximal. Sagen wir mal, zwei pro Jahr. So. Die Mehrheit dieser Anzeigen waren nicht mal Anzeigen durch Hater. Sondern durch Dorfbewohner. Mit dem Vermehr Reinig über Ruhe. Es gab den Typen mit dem Pfefferspray. Ist aber kein bleibender Schaden entstanden. Ich dagegen habe nach wie vor einen Abend von diesem Tag. Wollt ihr wissen, wo der Stream anstrengend war? Ab jetzt. Ja, aber hol die alten Kamellen nochmal raus. Es ist sehr spannend für uns. Was steht im Chat? Was steht im Chat? Ich lese mal vor, um ein bisschen abzudenken. Also, man sieht aber nicht alles, was vorher war. Schreibt Guido. Dann kommt Du hängst. Du hängst. Also nicht mit E, sondern mit R. Hier ist wieder die Rechtschreibung. Ganz wichtig. Ja. Isin schreibt, es wurde ja entschieden, dass die Hater mit sowas rechnen müssen. Es heißt zwar Kritiker, aber ja. Lisa daraufhin, wie lange ist Drache noch auf Bewährung? Müsste doch bald vorbei sein, oder? Master meint, alle Teilnehmer des Spiels muss damit rechnen, negative Aktionen abzubekommen. Maiko hat soeben den Host abonniert. Und man könnte auch einfach mal den Chat vorlesen, wäre auch mal spannend. Da gibt sich ja auch einer dem anderen die Klinke in die Hand. Ist ein bisschen wie mit den Strahlenbrüdern früher, bloß jetzt auch auf einem anderen Niveau, aber immer noch auf der falschen Seite. Und mein Zaun, gut, interessiert mich jetzt nicht mehr natürlich, aber mein Grundstück hat auch einen Schaden hinterlassen bekommen. Mein Grundstück hat einen Schaden hinterlassen bekommen. Welche Zeitform ist das jetzt, Herr Professor Lord? Professor Lord, keine Ahnung. Der übrigens, soweit ich weiß, nicht verhandelt wurde. Und der, soweit ich weiß, also ich habe zumindest nie Schadensersatz dafür bekommen. Was hat dein Anwalt zu der Sachlage gesagt? Hast du ihn drauf angesprochen oder hast du gedacht, der macht das pro bono? Und da ist auch ein Schaden entstanden, der mehrere tausend weil es nicht Unmengen war. Doch, doch. Aber der dennoch nicht besonders leicht zu machen war. So. So, Tomatenketchup hat ja eben den Host abonniert und schreibt jetzt das erste Mal rein. Und wieder geht's nur um dich. Wer soll dein Leben ändern, bis auf du? Ja, von der grammatikalischen Seite her hätte ich das anders geschrieben, aber ja, gute Frage. Reini, was sagst du dazu? Tomatenketchup ist doch jetzt wieder auf dem Speiseplan bei mir. Dann kommen andere Sachen hinzu, wie beispielsweise, was ist ein gutes Beispiel? Ähm. Ähm. Moment, hatte ich nicht auch hier eine Beispielliste? Äh, nee, kann ich das auch nachreichen? Wartet mal. Wir warten, kein Problem. Beispiel Lord. Beispiel Lord. Ich dachte, ich muss niesen. Malzahn. Nö, ähm. Jetzt hab ich den Namen vergessen. Malzahn. Malzahn, Herr Malzahn. Einfach mal, oder Mali, wenn du magst. Ähm. Malzahn. Was ist, was ist ein gutes Beispiel? Ach, ja, wenn dir nichts einfällt, ne? Vielleicht gibt's ja keins. Ich hab gerade echt keinen Plan davon, ehrlich gesagt. Ja, dann, äh, lass es weg. Beim nächsten Vortrag lass das weg. Das, es gibt so eine Lücke, die macht dich irgendwie unseriös. Ich denke, ein gutes Beispiel, ähm, ist die Aktion mit dem Pfefferspray tatsächlich, die ich ja schon genannt hab. Naja, aber wir wollen mehr. Tomatenketchup schreibt, keiner braucht ein Beispiel. Tomatenketchup, pass auf, der band dich gleich wieder. Ein anderes gutes Beispiel dürfte schätzungsweise die Sache mit dem Typen wegen der Taschenlampe sein, der ja angeblich übelst Narben davon getragen hat. Angeblich übelst Narben? Ja, hat er das nicht gezeigt im Gericht? Wo man aber selbst vor Gericht keinen wirklichen dauerhaften Schaden gesehen hat, außer eine minimale Narbe, die kaum zu sehen ist. Ähm. Oh, und mit der Lupe. Ich bin quasi mit einer Lupe zu ihm hin. Dann konnte ich sehen. Wobei ich sie selbst ja gar nicht gesehen habe. Ähm. Aber halt alle anderen nahe hingehen mussten, um die überhaupt zu registrieren. Ja. Und all diese Dinge haben mir am Ende gesagt, äh, ja, wenn man bedenkt, wie viele Narben und wie viele ernsthafte Verletzungen die dauerhaften Schaden bei mir angerichtet haben, ich hatte, sorry, aber das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Okay, ich hab ihn jetzt mal reden lassen. Reini, äh, einfach nein. Also du vermischst hier wieder Dinge und es ergibt gar keinen Sinn. Es tut mir leid. Also selbst bei gutem Fürsprechen, ne, einfach nein. Diese Narbensache, lass die weg. In der ganzen Argumentation, argumentier nicht mit, dass du mehr Narben hast als die anderen. Nee, 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 nee. Wenn ich einen Handwerker mir bestelle, ja, der soll zum Beispiel mir einen Teich im Garten graben und der kommt und hat überall blaue Flecke, dann denke ich nicht, oh, der kann mit Schaufeln und Hammer und Nägeln ja gut umgehen, dann denke ich, oh weia, äh, irgendwie hat er den Falschen bestellt. Und wenn einer kommt ohne Blessuren, denke ich nicht, der hat ja gar keine Berufserfahrung, was will der denn jetzt? So, also, mh, ja, nein, leider nein, leider gar nicht. Versteht mich nicht falsch. Doch, habe ich jetzt gerade getan. Ja. Oh, ich könnte auch eine ganze Zeit so mal das machen. Ja, gut rein, ich schieß mal los. Äh, los geht's. Ich habe es ja schon gesagt. Ja, sag es nochmal jetzt. Ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, ja, dass ich falsch gehandelt habe. Wie? Was diese Schlägereien und die körperlichen Auseinandersetzungen angeht. Ja. Das waren falsche Handlungen, das lässt sich nicht bestreiten. Kann mal passieren, Hand ausgerutscht. Ist mir auch schon passiert so, ne? Ja, ist jetzt passiert. Das waren meine Fehler, die ich gemacht habe. Ganz klarer Fall. Und dennoch sind es, wenn man die ganzen Gesamtschäden betrachtet. Äh, wo, 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 welche Schäden? So in meinem Kopf oder in deinem? Oder Gesamt? Da haben es ja multipliziert. Nein, Quatsch. Ah, Dings hier mit Plus. Wie heißt das? Wie das heißt, habe ich gefragt. Äh, Adian? Ja, Adian. Sag doch Adian. Adian. Er hat einfach Adian gesagt. Einfach so. Okay, ich lasse das jetzt. Was die Hater mir angetan haben. Allein der finanzielle Schaden. Ah, wow, zieht er das gerade in die Länge. Unangenehm, Lord. Unangenehm, Unangenehm, Lord. Unangenehm, Lord. Wir bräuchten eine neue Platte. Wie wäre es damit mal? Durch diese ganzen Aktionen im Lauf der Jahre oder des Jahrzehnts. Man muss ja wirklich Jahrzehnt sagen. All diese Schäden, die da dauerhaft angerichtet wurden. Ja. Die nie, nie auch nur ansatzweise beglichen wurden. Und dann kommen Leute ernsthaft daher. Ja. Und besitzen die Frechheit, mir gegenüber zu erzählen und zu sagen, dass ich dass ich den Leuten ernsthaft schade. Wohlgemerkt, ne? Und das ist mein stärkstes Argument. Wohlgemerkt. Okay. Aufgepasst, Freunde. Lordi möchte was sagen. Also, the Lord of the Lords. Wohlgemerkt. Diese ganzen Aktionen, die beiden Male an den äh, sorry. Was macht er denn da? Ein Komma, Verschachtlung, Satz nach dem anderen, Komma wieder. Hallo, Monsieur Le Nebensatz, wir brauchen ein paar Hauptsätze von dir. Mann, Mann, Mann. Kognitive Lo, wie auch immer, ähm, steht nur Punkt, Punkt, Punkt. Er fragt, wenn du dich entscheiden könntest zwischen Hate und Bedeutungslosigkeit, was würdest du wählen? Ich antworte für Reini, Hate. Auf jeden Fall Hate. Die beiden Male an meinem Grundstück ausgenommen, äh, Quatsch, die beiden Male am Friedhof ausgenommen, Quatsch. Kann es sein, dass du nebenbei noch deine Festplatte im Kopf formatierst? Das würde das einiges erklären. Was hätte ich für einen Blödsinn? Äh, wie Reini gesagt hat. Die beiden Male am, am Bahnhof jetzt ausgenommen, die jetzt vor kurzem waren, ja, ist es dennoch so, dass ich all diese Aktionen auf die Situation zurückführen kann, dass die Leute bei mir zu Hause vor der Tür waren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, um ehrlich zu sein. Ich glaube mit bla 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 Battlelord. Keiner von denen, äh, hat mich irgendwo zufällig getroffen. Keiner von denen konnte mir irgendwo auflauern, sondern alle Aktionen, jede einzelne, ist mutwillig von Leuten ausgeübt worden, die bei mir vor der Tür standen, die zu mir nach Hause gefahren sind, teilweise aus Österreich, aus der Schweiz. Okay, die Platte. Hm, ja. Ähm, ich finde, er müsste es anders sagen. Die standen ja nicht vor seiner Tür, sondern bei mir vor dem Zaun standen. So. Vor der Tür klingt so, als wären die da immer auf sein Grundstück gegangen. Und dann würde ich wieder vieles verstehen von seiner Argumentation. Aber die standen ja vor dem Zaun. Also nicht, nicht immer und nicht alle so, aber, aber sagen wir mal die meisten, die einfach da friedlich standen und mal gucken wollten. Hier ist also der Altschauerberg. Ja, wo ist jetzt die Moorhexe? Ach, die gibt's nicht? Dann guck ich mal. Aber ein Drache soll's Säue geben. Wenn auch gleich ohne Schatz. Äh, die gucken. So. Wenn ich da wohnen würde, ich hätte auch mal vorbeigegangen und hätte geguckt. So, hier ist es? Krass. Das ist ja krass. Und dann stehst du da und guckst erst mal drauf. Und dann ruft jemand aus dem Fenster, äh, Runa von meinem Grundstück. Und du guckst nach unten und denkst, äh, hat er die öffentliche Straße gekauft? Komisch. Seltsam. Na gut. Äh, Moment mal. Ha. Hm. Ja. Also, vor deinem Zaun standen. Ja. Und dann gab's ein paar und die gab's einfach, die dann provoziert haben draußen und gerüttelt haben am Zaun, und etc. Auch anders. Und das find ich kacke. So, ganz klar. Und Reini lässt sich davon provozieren und tanzt. So. Kritik an beide Seiten ausgeteilt. Meine Herren. Und er sagt, äh, ne, äh, wenn's um Schuld geht, äh, äh, ich masche meine Hände in Unschuld. Aus Italien oder sogar immerhin wäscht er die Hände, ne? Oben aus Hamburg, Sylt und so weiter. Ja, aus Japan und Russland, wir haben's wirklich. gekommen sind, die teilweise zehn, zwölf Stunden. Welcher Trottel ist aus Hamburg gekommen? Ein zugezogener, schätze ich. Oh, Sylt. Hm, als ob. Im Zug saßen oder fünf, sechs, sieben Stunden im Auto saßen, um da hinzukommen, ein bisschen rumzupöbeln, so, wir haben die Schinze besucht und dann abzuhauen, nachdem sie meine Fenster eingeworfen haben oder ähnliche Schäden. Nachdem sie meine, ja, alle haben die Fenster eingeworfen, höchstwahrscheinlich. Jetzt hätte ich wieder eine witzige Idee. Ich war, äh, letztes Wochenende im Zoo in Hannover, im Zoo Hannover, ein sehr schöner Zoo, ähm, und, äh, im Zoo in Hannover, äh, war so ein, äh, Wasserbereich, wo die Robben sind und da ist so ein Sticker vorne, da steht, da hat eine Robbe, eine Sprechblase und auf der Sprechblase steht drauf, in der Sprechblase steht, runter von meinem Grundstück. Hahaha. Ich gucke das an und denke, äh, Reini, wo ist hier? Ja, habe auch ein Foto gemacht, äh, ja, das ist jetzt aber erstmal verschwunden, aber ich werde es demnächst mal einblenden. Sehr, sehr lustig. Ähm, und da gab es auch so eine Flussfahrt, wo man durch verschiedene Areale mit dem Boot fahren konnte, ähm, und irgendwann gab es diese Fotokamera. So, bling, konnte man ein Foto machen, dann konnte man später da hingehen und sagen, hör, für überteuerte 5 Euro kaufe ich mein Foto. Und das hätte Reini doch mal an seinem Haus machen können, oder? So eine öffentliche Kamera, die die Straße und seine Schanze hätte und die Hater hätten auf den Knopf drücken können und dann, bing, Foto, bitte schiebe hier 5 Euro rein, dann kannst du dein Schanzenfoto rausholen. Was, dass er da für Kohle gemacht hätte? Meine Herren, eigene Schanzenfotos und Reini für 5 Euro mehr hätte Reini das auch noch signiert. Das wäre Kohle gewesen und niemand hätte Battlelord gesagt. Niemand. Nicht mal gesungen. Battlelord. Ne? Aber das sind immer so Tipps, die kommt zu spät, die Schanze ist hinüber, vorbei. Ein Gedanke noch und jetzt hinfort damit. Ich sage nicht, dass das alle gemacht haben. Die meisten haben aber Scheiben eingeworfen. Die meisten. Nicht jeder, der da hingegangen ist, hat irgendwelchen tatsächlichen Schaden angerichtet. Wie viele haben denn Schaden angerichtet? Die Zahl fängt mit 0 an, dann kommt ein Komma und dann kommen viele, viele Nullen. Das habe ich auch nie behauptet. Und dann gibt es ein paar Trottel. Ja, immer keine Frage, ne? Aber auf die Psyche eines Menschen haben diese Aktionen, ob sie jetzt nun böswillig waren oder nicht, ob sie jetzt nun Schaden angerichtet haben oder nicht, dennoch einen schädlichen Einfluss beziehungsweise eine schädliche Wirkung. Glaube ich sofort. Ja. Boah, krass. Also ich denke auch wirklich ganz oft, dass der das 10 Jahre gemacht hat mit so einer mit einem Stoizismus, mit so einer Sturheit dabei, boah, ich hätte geguckt und gedacht, ach, ist das nervig. Ich glaube, ich gehe mal offline. Und sei es nur für zwei Monate, dann wäre es wieder weniger geworden, dann nochmal online gehen, okay, fängt wieder an, okay, dann habe ich das Spiel verstanden, danke, brauche keine Endlosschleife hier. Reini, doch. Ja. User 7 schreibt, du sollst in so Situationen ruhig bleiben und nicht die Fäuste sprechen lassen. Ja. Wirklich moah, sag das moah, ja. Oder anders ausgedrückt, meine Psyche hat in den letzten neun Jahren einen erheblichen Schaden davongetragen. Weil ich war neun Jahre in dieser Situation vor meiner Haustür. Mittlerweile sind es ja zehn Jahre hätte. Ich war neun Jahre in dieser Situation, dass diese Menschen vor meiner Tür waren. Was ist jetzt mit der Psyche? Und mich tagtäglich psychisch belastet haben. so. Wieso hat mich das nicht zerstört? Pfff. Äh. Boah. Weil du als Kind schon oft gegen Mauern gelaufen bist und gedacht hattest, naja, wenn ich nur oft genug gegenläufe, verwandelt die sich in ne Tür? Ich hab keine Ahnung. Achso. Und dem Grund. Vor allem den Grund. So und so und so und so und so und dies und das und das und das und so und so und überhaupt und gar keine Ahnung. Aber es hat es nicht. Und seit ich nicht mehr an mein Haus gebunden bin und jetzt kommen wir wieder in der Gegenwart an, obwohl ich nicht in der jetzt hab ich den Faden wieder verloren. Scheiße. Und jetzt kommen wir wieder in der Gegenwart an und jetzt hab ich den Faden verloren. Gar kein Problem. Fang doch nochmal neu an. Du hast das gerade so flüssig erzählt. Das höre ich mir gerne ein zweites Mal an. Obwohl ich nicht mir, obwohl ich mein Haus nicht mehr hab, obwohl ich kein Geld hab oder nur wenig und obwohl ich in dieser scheiß Lage bin, geht es mir psychisch deutlich besser und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Mir geht es in einer Situation, in der ich boah, da kommst du bitte mal zum Punkt. Ähm, mir geht es in einer Situation, in der ich kein Geld hab oder nur sehr wenig, in der ich nicht jeden Tag weiß, wo ich am Abend schlafen werde und in einer Situation, wo ich nie weiß, wenn ich jetzt um die Ecke gehe, ob ich am Haterwillenweg laufe. Und trotzdem geht es mir psychisch deutlich besser. Danke. Wiederholungslord, 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 hast du mal über diesen Satz nachgedacht, den du ja gerade gesagt hast, was für eine krasse Aussagekraft dahinter steht, dass es dir jetzt besser geht in deiner sehr, 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 doppel plus, sehr, doppel plus, sehr limitierten Lage, dass es dir besser geht als vorher in der Schanze und du trotzdem sagst, ja, hab ich durchgehalten, hab ich gut gemacht, weil ich stark bin. Ich weiß nicht, Reini, ich weiß nicht. Also, ich bin davon nicht so überzeugt. Von deiner Argumentationslinie bin ich sowieso ganz selten überzeugt. Das ist so, ich weiß gar nicht, liegt es an mir, an dir? Manchmal steht einfach die Realität zwischen uns beiden. Das stört mich auch immer. Ich hasse die Realität, die macht zu viel kaputt. Viele von euch, und es waren echt viele, haben zu mir gesagt, als ich damals Videos und Streams auf TikTok und YouTube gemacht habe, haben viele zu mir gesagt, ey, ich finde das voll cool, du bist so positiv, du bist viel entspannender als früher, du machst deine Videos und deine Streams wieder viel cooler. Okay, wer hat das wann gesagt, ohne, dass die Person vorher 10 Euro zugesteckt bekommen hat? Und jetzt, alle, alle, die betreuten, im betreuten Wohnen leben, die nehmen wir raus. Wer hat das gesagt? Bist du da viel entspannender und alles, woran liegt das? Ja, es liegt daran, dass ich weniger Besitz habe und mehr Freiheit. Und das ist die Kernaussage. Hm, ja, schöne Kernaussage. So, Lisa schreibt moin, Melkor schreibt, Rainer, ich finde, du solltest bitte mehr auf deinen Chat eingehen. Ja, und Mäusle schreibt drunter, du hast doch 10 Mal mehr Geld wie alle anderen. Mäusle, bist du etwa ein versteckter Kritiker? Meine Lieben, das? Meine Lieben, ach, oh, Flauschumarmung von der Mahlzahn, aber ohne Reini. Ist die Kernaussage. Besitz macht nicht glücklich. Hat es mich ohnehin nie. Oh, Altruismus-Lords wieder da. Diogenes sagt, Besitz, hm, macht nicht glücklich. Es gibt bei Harold und Maud, dem Film, wunderbarer Film übrigens, schenkt er ihr irgendeine Medaille, glaube ich, und sie nimmt die und wirft die in den See und sagt, häng dein Herz nicht an Dinge. Ganz toll, wunderbar, ganz, ne, ah, stimmt ja auch, aber wenn Reini das sagt, er hat es wieder falsch verstanden, so. Besitz macht nicht glücklich, Reini, du hast auch nichts und bist unglücklich. Du hast es wieder nicht, du bist wieder ganz woanders. Du bist, als die Realität auf dich zukam, bist du wieder nach links gegen die Mauer gescheppert. Und das war mir von vornherein klar. Mir auch. Hättest du mal Bremsen gekauft? Heute fragen mich immer alle, Melkor schreibt, ich zahle gern sieben Euro, um ignoriert zu werden. Melkor, gib mal Ruhe. Bereust du, dass du das Haus verkauft hast? Bereust du, dass du das Haus nicht mehr hast? Ich gebe euch jetzt eine Antwort darauf. Okay, die würde uns aber nicht gefallen, nehme ich an. Ja, nein, vielleicht kreuz an. Habe ich zwar schon öfter getan, aber ich gebe euch die Antwort etwas ausführlicher. Nein. Oh, willst du nicht mit mir gehen? Achso, die Frage war, wie werden wir halt? Ich bereue es nicht. Was ich bereue, und ich hätte nie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen werde, ja, ich bereue, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt, als die Situation war, will ich mich ausbezahlen lassen von meiner Mutter und meiner Schwester. Also, oh, wir sind jetzt schon wieder in 2011. Ja, was war da denn nochmal? Oder will ich das Grundstück? Ich bereue, dass ich nicht gesagt habe, zahlt mich aus. Und was hättest du dann gemacht, 2011? Was hättest du dann gemacht? Mal so gefragt. Und deine Vorfahren bereuen es, dass du das Haus nicht gepflegt hast. Ist echt so. Ich bereue, dass ich gesagt habe, zahlt mich, nicht gesagt habe, zahlt mich aus. Ich hätte mich auszahlen lassen sollen. Ich hätte mich mit der Kohle verpisst, hätte vermutlich die Streams und Videos gemacht, die ich machen wollte, also, die ich jetzt dieses Jahr und letztes Jahr machen wollte, also sprich, herumreisen, herumfahren, ja, travel. Ich hätte gerne ein bisschen getraveled, ohne Work, kein Work und Travel, nur Travel, just travel. Gibt es nicht just travel? Avoid work? Ja, das war dein Leben bisher. Avoid work. Panzea Gold schreibt, ich glaube, der hat ein Tonband an oder er hat das Handy in der Tasche. Ja, das denke ich auch mal, dass der ein Tonband anhat, der Bengel. Der Chat ist aber schon wieder sehr loose. Also Ben sorgt für Ordnung und sagt, lass es, lass es. Guido schreibt, sei geduldiger. Ja, aber da sind einige, die mucken auf. Du hast deinen Laden nicht unter Kontrolle, Reini. Was ist da loose? Oh Mann. Ja, also, das war schon sinnvoll, dass du das Haus genommen hast, Reini und dann hättest du halt damit was machen sollen. Damit dann losstarten. Ja, hättest du das Geld genommen, du hättest gesagt, boah, äh, was? Ich hab Geld? Äh, wo ist hier der nächste Autohandel? Gebrauchtwagen, Krüger. Ich hätte gerne, ähm, ähm, haben sie einen Ford Repter? Ich zahl auch das Doppelte. Hauptsache er ist sehr auffällig. Hm, dann haben wir einen. All diese Dinge hätte ich damals, nee, hätte ich nicht damals, sondern, doch, hätte ich damals gemacht, richtig. Wenn ich das Haus damals, wenn ich sag nicht, jetzt halt mich aus, hätte ich gesagt, leck mich, zahl mich aus, ich verpiss mich. Das hätte ich sagen sollen. Das ist so seine Reue, die er zeigt. Und welche Fehler hast du gemacht? Ich hätte das Geld nehmen sollen. Okay, hast du noch einen Fehler im Leben gemacht? Nein. Gar keinen? Auch nicht manchmal so einen halben Fehler? Nein, hab ich nicht. Jetzt hör auf. Okay. Das bereue ich bis heute, dass ich das damals nicht getan habe. Mal gucken, ob er so bei der MPU auch antwortet. So, wir sind hier im psychologischen Gespräch. Was bereuen Sie denn mal? Einfach grundsätzlich. Also damals hätte ich das Geld nehmen sollen. Okay. Ich mache jetzt hier die Augen zu, ja, und lehne mich zurück, aber ich höre noch zu. Keine Sorge, Herr Winkler. Das ist jetzt das, was ich bereue. Aber, es gibt noch ein sehr großes Aber an der Aktion. Und das muss ich jetzt dann zum Ende des Streams nochmal erzählen. Und es tut mir leid, dass ich heute nicht so auf dem Chat... Du meinst nicht auf dem Chat... Also nachdem, ich glaube, der hat ein Tonband an, schreibt Lisa, das kann sein, weil Kamera hat er ja auch nicht an. Ja, Lisa, weil er die Kamera ja auch nicht an hat, aber nicht dahingestellt. Wir wollen jetzt ja nicht piepslicher werden als Reini. Ähm, äh, Zölibater leben als Reini. So. Äh, Melkor, toll, was bringt dann der Chat? Ja, ja, äh, Leute, ich habe jetzt einen Chat, aber ich reagiere nicht. Das tut mir leid. Ich habe eine Arbeitsstelle, aber ich gehe nicht hin. Ich bin nicht so auf den Chat eingegangen. Warum? Ja, warum nicht? Entschuldig bitte, aber... User 7, du warst aber schon oft sauer, weil du dein Haus verkaufen musstest. Ähm, ja, komm mir auch vor, dass du das das eine oder andere Mal so gedreht hast, im Sinne von, ich musste es verkaufen, ich wollte gar nicht. mein Stream ist jetzt gleich zu Ende. Vorher muss ich euch aber noch was sagen. Äh, wieso? Du entscheidest, wie lange der läuft. Ach, meine Zeit ist abgelaufen. Drehen sie gleich wieder Strom aus, im Knast. So, Licht aus, Internetverbindung weg. Das wäre das Beste, was ihm passieren könnte, oder? Und überhaupt null Böse gemeint, aber im Gefängnis, wo er dein Leben strukturieren könnte. Das ist so schlimm, so einen Satz zu sagen, ne? Wow. Und was wäre das Beste für ihn? Äh, Gefängnis und jemand anders kümmert sich um ihn. Hm. Noch mal zurück, dass ich mich wieder erinnere. Erstens, ich bereue, dass ich damals gesagt habe, dass ich damals gesagt habe, gebt mir das Haus. Jetzt wiederholen wir das, damit er sich erinnert. Hm. Okay, danke, danke, danke. Ich hatte es auch vergessen wieder, also, ne? Fanmanagement. Danke. Ich will das Haus, unter welchen Umständen auch immer. Bereue ich. Aber. Aber, ganz wichtig. Ein sehr großes Aber. Aber. Hätte ich damals gesagt, ich verkaufe das Haus, oder die sollen das Haus verkaufen, oder was auch immer, und sollen mich auszahlen, und ich verpisse mich für immer, dann hätte ich gesagt, heute, mit meinem jetzigen Wissen, wenn ich das geändert hätte, und anders gemacht hätte, ich wäre damals daran zerbrochen. Oh. Starke Worte von Drachi. Hei, hei, hei. Okay. Kannst du das erklären? Ich hätte damals nicht die Stärke gehabt. Er hätte nicht die Stärke gehabt, die es dazu braucht. Mein Leben, so wie es jetzt aktuell ist, zu akzeptieren, hätte ich das damals durchgemacht. Ja. Ich hätte mein Leben nicht zu akzeptieren können. Ich hätte meine Situation nicht zu akzeptieren können, und ich wäre deutlich schlechter dran gewesen als heute. ich habe auch damals schon keine großen Besitzansprüche gehabt. Ja. Ja. Ich nehme dann das Haus. Haben Sie Besitzansprüche? Nein, ich nehme das Haus. Oder was heißt Ansprüche? Quatsch. Besitz... Wie sagt man? Ich hatte ja auch damals schon kein großes Interesse an Besitztümer oder irgendwelcher Form an Eigentum. hatte ich damals auch schon nicht. So wie du die Schanze hast verkommen lassen, glaube ich dir das. Auf der anderen Seite hast du zum Parabelritter gesagt, dass du ein japanisches Bad haben möchtest. Warum denn, wenn dir das nichts bedeutet? Aber damals wäre ich mir der Situation nicht klargekommen. Heute sehe ich alles anders. Ich bin älter, weiser, besser aussehend, äh, fetter, aber auch fitter. Ganz wichtig, vor allem fitter. Ich bin erwachsener, freundlicher, sympathischer, geduldiger, zuvorkommender. Ich habe Schlimmes durchgemacht. Und besseres gesehen, besseres gewünscht. Es gibt Menschen, denen geht es noch viel dreckiger als mir. Eigentlich allen. Und die haben auch viel Schlimmeres durchgemacht. Eigentlich niemand. Das würde ich gar nicht missen. Mir geht es verhältnismäßig gut. Ich habe eine große Community. Ja, manche sagen so, manche so. Ich sage so. Die mich zum Teil hasst, zum Teil liebt und zum Teil, keine Ahnung, was ich mit mir anfangen soll. Der dritte Teil ist relativ klein. Auch der zweite Teil ist relativ klein. War das zweite lieben? Dann ist er klein. Eigentlich nur die erste Gruppe. Diese Kritiker. Das ist eine relativ große Community. Ich weiß nicht. Ich wäre nicht so stolz drauf. Wenn ich 10.000 Abonnenten hätte und 9.500 würden jedes Mal schreiben, was bist du für ein Hampelmann? Du Trollo. Du bist doof. Dann weiß ich nicht. Da würde ich nicht mich hinstellen und sagen, boah, habe ich eine Community. Heilewitzka. Die stehen aber alle hinter mir, wenn ich mich umdrehe. Ja. Sehr witziger Satz übrigens. Meiner oder? Aber ich habe wenn auch sehr wenige Menschen, die ich liebe. jetzt wird es langsam Bereich nicht mehr. Wir verlassen jetzt nicht nur den Realismusbereich, sondern wir sind jetzt bei Science Fiction angekommen. Okay. Und von denen ich sehr sicher bin, dass die mich auch mögen. Dass sie mich lieben. Drachenlord. Na? Treffen wir uns heute Abend wieder? Au ja, Mensch, ich habe Zeit. Wen meint er? Das sind nur eine Handvoll. Das ist ein Witz. Ein Witz im Vergleich zu dem, was ich früher hatte. Früher, als ich Schülersprecher war, weil mich alle geliebt haben. Wo ich in die Schule kam, da haben sie mich auf Händen getragen mit einer Sänfte durchs Klassenzimmer. Wo der Lehrer mir die Hausaufgaben geschrieben hat? Damals, als ich so beliebt war. Na ja, da wo ist all der Ruhm? Der Fame ist vorbei. An Freunden, an Bekannten, an Verwandten. Das ist ein Witz dagegen, was die Menge angeht. Aber, es sind Menschen, Menschen, wie du und ich, die mir in einer Zeit beigestanden haben, die für mich mehr wert ist als alles andere. Und, auch wenn sie mich dabei nicht unterstützt haben, oder wenn sie mich dabei unterstützt haben, mich akzeptiert haben, wie ich bin. Ja, mei, das ist halt der Drache, einer, der ist ein wenig komischer Mensch, so ruhig, das Bub, da muss man schon ein wenig Augen zudrücken, da muss man da. Gut, okay. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier nackt stehen würde, bitte sprich nicht weiter, jetzt nehmen wir alle mal die Fantasie aus dem Kopf raus, 3, 2, 1, Fantasie ist weg. Ohne Handy, ohne alles, wenn ich hier nackt stehen würde, wäre ich allein mit diesem Wissen. Ein öffentliches Ärgernis. Äh, was? Der reichste Mensch der Welt. Oh, war das schön gesagt. Oh, du bist ja toll, du bist reich an Erfahrungen, Drache, ja, du bist nicht gescheitert, du bist gescheiter, ja, sei keine Ente, sei ein Adler, Drache, du bist der Adler, ja, Mensch, toll. Ja, ich wäre der reichste Mensch, den es gibt. Du bist der reichste Mensch und du hast uns. Das ist toll. Und das nur mit dem Wissen, dass es so ist, dass diese Menschen für mich alles sein können oder mir in allem geholfen haben oder helfen. Jetzt müsstest du dich auf eine Zeitform einigen, sonst wird es wieder unglaubwürdig. In dieser Situation bin ich reicher als reich, göttlicher als göttlich und besser als alles andere. Hm. Schön, dass er es so gesagt hat, oder? Reicher als reich, göttlicher als göttlich und besser als alles andere. Ja. Äh, ich glaube, dir klebt ein Kaugummi am Schuh. Reini, das wirst du nicht mehr los. Nur, aufgrund der einfachen Tatsache, dass ich weiß, was ich an den Menschen habe, die ich liebe und die mich lieben. naja, mein Herz hat er schon berührt jetzt mit seiner emotionalen Ansprache. Wow. Er ist göttlicher als göttlich. Leute, immer einen drüber, ne? Über Meister Kajo ist nur noch Gott. So, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall wieder nicht mit am Start. Ja, Metal Off musst du noch sagen. Nenn mir einen. Ja, nenn mir einen. Melkor, nenn mir einen. Sag jetzt nicht Melkor, bitte. Ja, sag nicht Ben. Ich nenne dir gar keinen. Ah, unerwartet, unerwartet, weil da nicht der Held auf den gehen soll. Ja, 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 Weil ich keine Lust darauf habe, dass Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ah, leg doch meine andere Platte auf, diese stört mich schon zuhauf. Die mir nahe stehen. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht erwähnen, aber Ich hab die Nummer von Jason und manchmal Text vor uns abends noch ne Kumi-Teil. Meine lieben Hater und Kritiker, Aufhören jetzt. Fokus. Seht euch eigentlich mal auf YouTube, äh, auf TikTok um. Ja, es gibt, ich nenne ja jetzt keine Namen, ihr kennt die Namen sowieso alle. Es gibt zwei auf TikTok, die derzeit von Menschen angegriffen werden, nur weil sie versucht haben, mir zu helfen. Steini. Das sind Steini und Reini, Reini und Steini, Reini und Steini, Sonnenschein. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. immer solche Andeutungen, so kryptische. Leute, guckt euch mal bei TikTok um, ne? Guckt euch da mal um. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Jo, Tschöchen, mit Ölchen. Ja, Tschüssi, Müsli. Jo, schönen Tag auch noch, auf Wiese gehen. Ja. Ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal wieder mit dabei und das Wort zum Sonntag ist Oh, Achtung, an dem Mittwoch. Blah, überrascht mich schon wieder. Egal wie viel Hass, egal wie viel Streamingprobleme, egal Ja, ja, Herr Pastor, Pastor Winkler. Hate, egal wie viel Mist, egal wie viel Hallo? Stress. Ich bin der Reichste und zu den Ärmsten kann ich immer noch darüber lachen. Ach, wie schade, ich hätte es gern gehört. Welche versteckte Weisheit ist jetzt verloren gegangen? Durch die Tontafeln des Gilgamesh-Drachenlord. Wahnsinn. Ja, schade, wir werden es nie herausfinden, nur die Leute, die gerade live dabei sind. Ja, Melkor sagt, schreib gut Drache, Ben, bis bald Drache. Ja, schlaft gut Drache. Mach nicht mehr so lang, ne? Und nicht wieder mit dem Feueratem herumprobieren, dann brennt wieder alles. Bis dann. Nicht bis dann, Metal Off heißt das. Euer Drache. Ach, und danke für die ganze Unterstützung. Ja. Ich bin leider nicht so auf den Chat eingegangen, wie ich sollte, aber ich hab mir heute mal die Scheiße von der Seele gerappt. Ähm, ja, kann man auch so sagen, es ist ein bisschen seltsames sozusagen, aber du bist der Drache, Drache. Sagt man ja nur so, ne? Ich hab mir jetzt Scheiße von der Seele geredet, was mir schon lange auf der Seele brannte. So. Schlaf gut, meine Lieben. Ja, schlaf gut. Gute Nacht. Ja, und schreib mal. Welch ist er? Ja. So. Oh, schlaf gut, meine Lieben. Bis morgen. Bis morgen. Und ja, ich versuche auch morgen zu streamen. Oh, nee. Ja, hatte er angekündigt und dann kam ja direkt heute morgen ein Stream, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also der Bengel macht mich fertig. Ich würde sagen, Freunde, wir wachsen jetzt über uns hinaus, strecken uns einmal, werden selbst innerlich göttlicher als göttlich. Dann hole ich ein sechsseitiges Instrument heraus und wir spiedeln uns noch ein voller äh ähm nicht Palme, ne? Hat jemand von einer Notenblattkonstruktion? Ha! Das hatte keiner gedacht. Und dann, äh, würde ich sagen, zum Nicht-Vitrachi werden, zum Bessermachen, zum Wohlfühlen und zum Flauschen machen wir jetzt musikalische Aufarbeitung. Keks nehmen, Plätzchen suchen und fertig! Am Ende ist es immer das Gleiche. Ich hab schon viel erlebt und ja, ich hab auch schon viel gesehen. Ich hab schon viel gearbeitet und ich kann ganz viel verstehen. Ich bin Mahatma, Drachenlord oder Drache offiziell der Weise. Ich kann auch manchmal lauter sein, doch beim Schimpfen bin ich leise. Ich versteh nicht ganz, woran das liegt. Am Ende passiert mir immer was Schlechtes. Überall nur Hass um mich herum und nirgends was Gerechtes. Also lauf ich lieber allein umher, um den Hass nicht zu verteilen. Am besten helf ich den Menschen, wenn ich nicht unter ihn verweine. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, am Ende ist es immer das Gleiche. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, am Ende ist es immer das Gleiche. Wieso funktioniert, das kann man nicht und ich ernte nicht, was ich sehe. Das ist ein zentraler Punkt, den ich noch nicht ganz verstehe. Wenn's gerecht zu ging auf dieser Welt, dann wär ich bei YouTube an der Spitze und jeder kennte den Drachenlord und The Joker machte Witze. Und Frauen wären mir erliegen jeden Tag und jede Nacht. Hätt' ich das andere Geschlecht beglückt, hätt' ich das gut gemacht. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, am Ende ist es immer das Gleiche. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, am Ende ist es immer das Gleiche. Hör zu, hör zu, hör zu, hör zu, am Ende ist es immer das Gleiche. Hör zu, hör zu, hör zu, hör zu, am Ende ist es immer das Gleiche. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, am Ende ist es immer das Gleiche. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, am Ende ist es immer das Gleiche. Hör zu, hör zu, hör zu, hör zu, am Ende ist es immer das Gleiche. Hör zu, hör zu, hör zu, Nur zu, am Ende ist es immer das Gleiche. Das war's von mir und der Aufarbeitung des letzten Abends. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wow! Okay, es hatte seine Längen. Danke, dass ihr trotzdem dabei wart. Meine Gäste wart. Vielen lieben Dank. Guckt doch in die Videobeschreibung. Viele, viele lustige, andere bunte Kaspar, da kann man gerne mal hingehen und gucken und Like und Liebe da lassen. Die freuen sich. Und ansonsten, 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 ansonsten war der Eichsagern. Wir sehen uns, wir hören uns, wir freuen uns und bis zum nächsten Mal und Mädel, Mädel, Mädel auf, 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 Mädel auf.